Servus zu einem kleinen Infovideo, ich glaube die meisten wissen es von euch gar nicht mehr, ich bin FM Brothers beigetreten, wir sind quasi so eine FIFA Mobile Crew, also das heißt wir haben einen gemeinsamen Kanal, das ist dabei FIFA Let's Mobile, Rage FIFA, FMG, JTV, LPS alias Janux FIFA und Dekodi FIFA Mobile, wir sind insgesamt 6 YouTuber, das heißt jeden Tag in der Woche übernimmt ein anderer das Video, genau, heute war ich dran, das heißt ich schicke euch den Link, also unten in der Infobox, werde ich euch den Link zu meinem Video geben, da werde ich wirklich das traurige Thema um Davide Astori ansprechen, der gestern gestorben ist, in seinem Hotelzimmer, ja und wie gesagt schaut einfach vorbei bei FM Brothers bei meinem neuen Video, das heißt weil ich ja heute für FM Brothers das Video gemacht habe, kommt heute auf dem Kanal kein Video, aber ihr könnt euch gerne anschauen und FM Brothers auch abonnieren. Also dann bis bald auf FM Brothers.